hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von skyfactory 4 wir machen diesmal weiter mit was fehlt uns wo ich den jetzt hingetan nein 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 wo habe ich den denn hingetan mh mit ja sondern für mich ist ein slips ich habe noch ein bisschen stein noch ein bisschen hatte ich noch ich habe noch ein bisschen mehr das ist gut dass ich jetzt auch vorrat hat jetzt wird die heißen wieder oder genau Also, das ist das Problem. Also, das ist das Problem. So, perfekt. Unsere Regießstation ist wieder da. Äh, so. Okay, again, nochmal. Let, ne, falsch. Dom-Log. So, ich habe keinen Bock, dass das mehr als ein Stack wird. Dementsprechend mache ich das. So, ich brauche wahrscheinlich eh nicht mehr als ein Stack wieder, oder? So, das sollte auch erstmal reichen. Dann gucken wir uns mal an, was das gibt. Ein Monster ist wieder drin. Wo ist es? Komm her, Junge. So, dann muss ich die ganze Decke... Tschüss mit dir. Muss ich die ganze Decke mal... Eigentlich als höher machen. Damit hier auch Endermänner... Endermann spawnen können. Ich bin mal gespannt, ob es sich dieses Update lohnt. Wie viel Stück noch? 1, 2, 3, 4... Okay, mir fehlt noch einer. Gibt mir noch ein bisschen Eisen. Okay. Noch einer fehlt. Und dann muss die Decke noch eins hören. Hm. Sieht genau aus. Okay. Ja, das wird ja nicht schneller gehen dadurch, dass... Jetzt hier irgendwas machen. Ah. Einer fehlt noch. So. Jetzt nur noch da drum zu gucken, ob hier eine Redstone Fackel reicht, oder? Ne. So. Jetzt nur noch ein Block. Alter, Falter. Okay. Äh, Redstone Block ist es. Äh. Also mit einem Hebel? Was macht man denn überhaupt? Hebel? Leather? 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 Cobblestone und Stick. Ich weiß wahrscheinlich nicht. Beides nicht. Äh. Wäre natürlich aber wesentlich preiswerter. Ein Cobblestone Stick. Ja. Ein Cobblestone. Ein Cobblestone. Ja. 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 Da ist es wirklich so gut. Okay. Drei Stück auf Heimer. Auch mehr? Ne, immer nur drei. Okay. Dann brauche ich alle drei in Lever. So. Das ist auch eine gute Idee. Okay. Okay, das sieht noch nicht so gut aus, aber ich möchte das jetzt halt alles noch einmal höher machen, damit hier auch andere, damit hier auch vielleicht Endermänner spawnen können. Kein Plan, ob das geht. Ah, was will ich sagen mit der Horus Frucht aus, die mir Fliegen gibt. Ah, die geht nur darüber. Ah, okay, was bei der anderen? Ach, cool. Hätte ich mir damals auch denken können, dass ich das vielleicht eins höher mache, weiß gar nicht warum das vorher nicht gemacht worden ist. Oh, es wird Nacht, das ist nicht so gut. Schnell das beenden. Schnell ins Bett, schnell ins Bett. So, weil der hier gar keinen Monster spawnen hat. Warum ist da hinten ein Monster? Oh, es ist gespawnt. Oh, habe ich hier nicht ausgeleuchtet. Ach, da drinnen. Ja gut, das ist okay. So, Enderpearl werden jetzt auf Dauer. Erstmal kein Problem. Äh. Jahr. Jahrh. Jahrhöh. Ja. das wird auf jeden mal gemacht werden müssen aber egal ich glaube ich brauche nicht mehr als das das gehe ich nicht von aus zu den letzten ventilator wollte ich noch verbauen schnell so den habe ich verbaut so das schieben wird jetzt noch nicht muss erstmal hier alles wieder abbauen das geht auch geil das ist geil oops nein 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 Die Ö-Taste ist schon echt gut. Die Ö-Taste ist wirklich gut. Die hat mir jetzt richtig viel Arbeit gespart. Irgendwas mache ich hier gerade nicht so gut. So. No. Ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Das vielleicht die Effektivität meiner Halle ein bisschen steigern wird. Die Überlegung ist aber gerade tatsächlich von mir aus, das von oben aus zu machen. Weil ich dann mich unten nicht bewegen muss. Boah, das ist jetzt viel ungemütlicher gefühlt für mich. Oops. Oops. No. Ich glaube, damit sollte ich gefühlt ihre Flores erstmal ausgearbeitet haben bei der Monsterfarm. No. 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 Vielen Dank. So. Nochmal vier aufstocken. So, das reicht auf jeden Fall. So, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, einmal rum herum die Hebel zu setzen. Die habe ich. Dafür brauche ich noch ein bisschen, ich könnte auch mal die Erde wegtun. Das war leider auch. So, äh... Wutsch. So. So, dann gucken wir nochmal nach. So, ich glaube, ich mache mir ein eigenes Feld nochmal hinten dran, wo ich dann die... Okay, vielleicht doch nicht so. So, vielleicht eher doch mit Slabs, damit ich ja keine Monster hier spawne. Und ich das tatsächlich hier auch einfach lassen kann. Weil, dann habe ich den Vorteil, dass ich einen Wartungsgang habe. Und im Bestfall... Könnte ich mir auch mit einem Hebel das machen. Aber... Wir wollen ja nicht... ...über anspruchsvoll werden, wenn das jetzt alles wieder einigermaßen funktioniert und auch effizienter wird. Also. 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 Jetzt ist die Frage, wie wäre es denn, wenn wir das auch mal ein bisschen... So, dann sollten wir hier jetzt keine Monster misspauen. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Und in der Theorie, müsste jetzt alle Monster weggepustet werden oder? Ja, ob das jetzt so viel mehr bringt, ist die andere Frage. Wird er dann stärker, wenn ich den nennen? Okay, er wird nicht stärker. So, dann kann ich auch clever. Ja, schön. Das hätten wir auch. Gucken wir mal, ob das so viel mehr bringt. Ich sehe, der Ventilator reicht nicht allzu viel weiter, aber es reicht mir erstmal. Und weißt du, was jetzt auch fertig ist? Das. Ich kann endlich eine zweite anfassen. Okay. 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 Hä? Wie kann ich... Das möchte ich mir nochmal angucken. Hm. Äh. Wie geht das? Äh. Hallo? Wie geht das? Wie geht das? Ja. wie geht das? Wie geht das? Ja,kim major. Wie geht das? Weil wir wird eine Frau sein, bei dem Milad infinives Motion, doch ist er ganz klar. Okay, das liegt's. Und noch einen neuen Seed. Okay, wir brauchen wirklich jetzt einen neuen Endstone. Dafür brauchen wir erstmal wieder Platz im Moment. Oh, noch einen Storchlink. Wo hab ich den her? Slap und Slap. Oha, okay, 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 ich seh schon. Dann wird es doch jetzt Zeit, dass wir mal eine Beleuchtung hier außen machen, weil anscheinend ist es nur so. Wusste das nicht gut zu wissen. Oha, so. Ohpala. No. Ich habe keinen Kaffee. Okay, weg, weg. So, äh, Eisen. Wie sieht es mit Eisen eigentlich wieder aus? 62. Das sieht doch schon wieder mal ein bisschen, ein bisschen besser aus. In der Falle, jetzt mach mal den Abflug, jung. Was ist denn da unten? Blumen? Bienen? Ah. Okay, da wird noch viel auf mich zukommen. Äh, aber davon abgesehen jetzt erstmal brauche ich einen weiteren Auto-Klicker. Dispenser, Redstone-Block und Diorit. Es ist doch, es ist eine Qual. Es ist eine Qual. Also es ist wirklich eine Qual. Weg. Brauche ich. Brauche ich. Äpfel brauche ich eigentlich gerade nicht. Weg. Was auch immer da passiert ist. Einer mit. Einer mit. Äh. Ich hab noch nicht so ganz verstanden, woher mein... woher mein Dings kommt. Mein Eis-Extension-Stück. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier habe ich einen neuen Baublock, es ist nicht mehr weit zum Cobblestone und den brauche ich auch für den Autoklicker, erstmal einen Dispenser, den schaffe ich doch oder, den Autoklicker könnte ich mir auch mal noch einspeichern, die Mobfalle brauche ich tatsächlich gar nicht mehr, so Autoklicker, die Read war auch Diorit, sorry, Diorit Ok, Cobblestone und Quarz Wie viele brauche ich? Was? Einen, äh, äh, sieben Sieben, Diorit Ok, äh Ok, wir machen jetzt erstmal das Item Donser-Kabel Äh, Item, Item, Cable, Extraction Cable, brauche ich dafür, Brickstones Kann ich da nur weg holen? 22, 28,000 Klinge noch, mhm, Smelter, tatsächlich möchte ich aber gerade nicht das du das, sondern das und die Kartoffeln gehen wieder rein Was ist das hier? Das ist ein Energy-Kabel. Äh, ja, dann mach du mal. Äh, hab ich denn noch ein bisschen von dem... Da hab ich tatsächlich noch was von. Bitte einmal... Ein... Uh, so. Die checken wir auch. Ein, bitte. Einmal, zack. Äh, boy. Ich weiß, dass du hier gerne bist, aber... Nee, mal eher nicht so. Komm mal her, Junge. Ganz ungünstige Situation, würde ich sagen. Hm, glaub ich mal, ob das jetzt so viel Verbesserung gebracht hat. So, ich brauche noch vier. Ich brauche noch... Sechs Stück, genau. Ja, perfekt. Ja. 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 Ich glaube, wir legen jetzt ein neues Feld an. Äh, aber da muss... Ich muss mal kurz was nachgucken. Oder nein? Wir wenden jetzt mal die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020